Langer Überseeflug von Münger nach Amerika. Vorne berät sich der Co-Pilot mit dem Piloten, rennen umeinander. Da sagt der Pilot zum Co-Piloten, hat er gesagt, wenn wir in der Luft sind, weißt du, was mich da so richtig anweiht, hat er gesagt. Das war so ein Penninger Bärwurz, hat er gesagt. Da haben wir jede halbe Flasche hinten und wenn wir das haben, hat er gesagt, dann vernaschen wir die neue Stua, die da hinten angefangen hat. Und das hat aber der Pilot und der Co-Pilot das Mikrofon aufgehabt und die ganzen Passagiere haben das mitgehört. Die neue Stua, das wird ein Teufel, das vierig rinnt, vierig. Dann hat der Passagier nachgefliegt. Hey, hat er gesagt, der Penninger Bärwurz hast du vergessen. Da. Vielen Dank.